es geht ab leute team abelt hier wir haben ja heute eine überraschung für die zwei hier die werden ein paar produkte sich genau anschauen die wir bekommen haben von unserem sponsor nicht apple sondern was da drin ist und ihre meinung ist halt sehr unterteil noch mal danke an unsere neue sponsor ultimate gott richtig geil ultimate gott man die beste platz auf mein wort platz für zwei decks man hier kann ich eins rein tun hier kann ich eins rein tun richtig geil gute qualität die qualität ist echt gut alles gut vernäht stabil aber stabil genäht ist echt gut verarbeitet die ist auch richtig schön groß die gibt so was ja das große von heute ist echt gut könnte von mir sein oder so ein krafter typ einfach drauf das ist dann die einzelne von denen oder schön verdient einfach zu decken die echt gute qualität man kann man auch mal sehen das ist dann die einzelne von denen oder schön verdient einfach zu decken der magnet ist stark bei denen also die einfach die einfachen deckboxen sagen wir es mal aus plastik aber auch platz mit zwei deckboxen hier ja mal schau mal was das noch hat ja mal schau mal was das noch hat platz mit dürften ist auch echt gut die ganze dürfte reinkommen man sieht auf jeden fall auch besser als die andere boxen so einfach ein deck ist richtig geil ja das ist jetzt auch eine hartplastik die schaut auch richtig geil aus die ist auch richtig cool ja und die platz mit dürften und die platz mit dürften hier noch ein bisschen schneller mit ja noch dazu deck ja du hast mindestens für 50-80 karten hier ja gute politik bis jetzt die beiden stabil aber hier doch hier ist doch ein bisschen drauf dachte ich dachte drauf aber doch drauf drauf geil geiler ordner aber warum ist das so geil weil die platzen vier kamen drauf das macht ein trader von uns sehr glücklich ja ja keine schlechte qualität auch hier ja das kann man auch alles abwischen wenn es ist das heißt die platz mit 1025 sind wir mehr glaube ich jetzt 24 ja das ist schlecht kann man verschließen die platz mit auf dem ordner erst mal ein toll von der per se klar ein bisschen höher richtig geil mit gutes material auch abwaschbar denke ich hier ein schöner greifverschluss ja kann man das die karte schützen richtig geil da halt nur Platz für drei aber trotzdem genug Platz für sehr viele karten jetzt auch nicht nur für melde aber auch richtig feste ordner richtig groß wenn wir vergleichen ja das auch schon ist von der Größe auch der ist super auch schöne hart auch noch hüllen schutzhüllen glaube ich keine Ahnung keine Ahnung die größe wunderschön ich bin auch nicht schlecht also vielleicht das spiel ist nicht geeignet aber halt für die karten für die rauchten oder so genau ich bin hier gerade ja man richtig gut die größen sind immer gut die japanen wissen was sie machen ja man alle sind nicht das beste Letzter-Fan aber ein bisschen zuhören das war's das war's danke für euch das Produkt der das Wort neu ja man schaut mal auf ihren Job vorbei Webseite und Facebook alles unten in der Beschreibung und ich